Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Epoxitat dran. Ich habe etliches ja, weil ich viel jetzt einfach auch gemacht hatte, deswegen waren auch ein paar Sachen vorgedreht. Ich habe jetzt auch noch andere Sachen, ich glaube das sage ich meistens irgendwie immer wieder mal in petto und freue mich da eigentlich immer drauf, wenn ich dann auch mal was anderes nochmal mache, wo ich glaube, dass das ganz gut passen würde, auch zu mir. Und genau, diesmal mache ich Untersetzer und versuche zum zweiten, dritten, vierten Mal, ich weiß es gar nicht, solche wunderschönen Blumen hinzubekommen, die ich jetzt teilweise auch bei anderen immer gesehen habe. Ich glaube, dass es bei mir ganz oft am Harz liegt, weil es einfach zu flüssig noch ist und ich glaube, ich muss da gucken, ob es da irgendwie dickflüssiges Harz dann einfach noch gibt. Es ist auch diesmal, das kann ich schon mal spoilern, nicht ganz so geworden, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich finde sie trotzdem schön, falls das so irgendwie hilft. Genau, und ich habe hier, ihr seht schon die zwei Becherchen, da ist so eine Spritztüte drin, da habe ich dann die Farben reingemacht, damit ich es halt oder versucht habe, besser damit klar zu kommen. Wie gesagt, es ist, ich tue mich da gerade noch sehr schwer, aber wir üben weiter und wie gesagt, das Ergebnis gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser schon mal als beim letzten Mal und dementsprechend, glaube ich, ist das vollkommen in Ordnung. Habe mich auch für zwei unterschiedliche Farbtöne entschieden und ich glaube, die passen auch ganz gut zusammen. Und ja, ihr seht schon beim Epoxy Tarts, ich habe Handschuhe an, auch unbedingt an die Maske denken, das ist einfach ein wichtiger Part, da einfach auf euch achten, dass das gut funktioniert. Und dann denke ich, könnt ihr euch da auf jeden Fall gut schützen. Ich nehme in der Regel das Resin vor Dekor. Die haben auch unterschiedliche dickflüssige Harze. Oft nehme ich das Optimum Viskosität. Diesmal habe ich, ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das etwas dickflüssigere genommen und, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, dass es einfach dickflüssiger sein muss, beziehungsweise ich muss wahrscheinlich länger warten, bis es dann die optimale Flüssigkeit für mich hat. Und hier seht ihr schon, da habe ich jetzt das Weiß reingemacht. Auch das Einfüllen übrigens finde ich immer gar nicht so einfach. Aber wahrscheinlich bin ich da einfach grob motorisch veranlagt, keine Ahnung. Und das gehört aber mit dazu. Ich habe hier unten übrigens stehen, das sind hauptsächlich Pulverpigmente, die ich nutze. Außer das Weiß, das habe ich als Paste genommen. Und das funktioniert für mich relativ gut. Die Pasten selber mit anderen Farben, da komme ich irgendwie noch nicht so gut mit klar. Ist aber auch, glaube ich, Geschmackssache. Dadurch nehme ich halt hauptsächlich die Pulver. Es gibt auch Alkohol-Infarben fürs Epoxidharz. Auch mit denen arbeite ich unglaublich gerne, weil ich die einfach so schön finde, was da für Effekte draus kommen können. Gerade wenn man dann mit dem weißen Piñata dann nochmal drüber geht, finde ich das einfach so, so, so schön. Und da, glaube ich, ist das eine schöne Möglichkeit, da einfach schöne Geschenke mitzumachen. Und genau. Und diesmal habe ich es, wie gesagt, die zwei farbigen Töne sind mit dem Pulver und die weiße ist mit einer Paste. Das aber einfach so ein bisschen als Hintergrund, weil einfach die weiße Paste ein bisschen schwerer ist und dadurch das Ganze, die Effekte grundsätzlich wesentlich besser kommen, als wenn ich es jetzt mit einem Pulverweiß genommen hätte. Kommen auch schöne Effekte. Wie gesagt, ich finde ja, Epoxidharz hat immer so was Schönes, dass da so schöne Effekte kommen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Also manchmal denke ich ja, das ist immer wie so eine Zauberei, die dann passiert und man weiß immer gar nicht so richtig, wie es wirklich dann rauskommt. Klar, wer jetzt schon ganz viel Ahnung hat, der weiß genau, das wird genauso. Aber ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich mich immer freue, wenn ich es raushole und dann denke, wie schön sehen die Sachen bitte aus. Und eigentlich war es damals Brustzufall, dass ich es genommen habe und also, dass ich das einfach mal ausprobiert habe. So, ich hatte jetzt noch mal Klares Harz angerührt, weil das nicht gereicht hatte, was ich angerührt hatte. Das wusste ich aber vorher. Deswegen, ich wollte es dann halt nur die Farben schon fertig machen. Und jetzt habe ich drei Untersetzer, zwei so eine, ich weiß gar nicht, nennen sich die Geoden, ich weiß es nicht genau, nicht drauf festnageln und einmal so ein Viereckchen mit so einem Rand dran. Ich muss sagen, dass ich die mit dem Rand aktuell echt schön finde, weil ich die einfach für mich so schön auch teilweise hinbekomme. Man bekommt halt auch einen schönen Unterschied hin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Farbe den Rand nur mache und dann den Rest halt klar. Dadurch kommt dann auch noch mal so ein Effekt rüber. Also ich finde die mit dem Rand gerade unglaublich schön und freue mich da jedes Mal drüber. Aber ich finde die anderen auch sehr schön. Aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache und manchmal auch tagesabhängig. Manchmal denkt man sich, ach, jetzt nehme ich dann doch lieber die andere. Also auch da, ich höre da einfach auf mein kleines Gefühl und freue mich dann einfach, wenn das gut funktioniert. Ich habe übrigens das ganze Video wieder ein ganz klein wenig schneller gemacht. Ich habe nicht wirklich was rausgeschnitten, außer wenn ich das Harz angerührt habe. Und dementsprechend ist das relativ entspannt. Also da fehlt nichts, was wichtig wäre. Und genau, hier versuche ich es dann mit der Spritztülle dann dementsprechend jetzt zu machen. Wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, wie es manchmal aussieht, auch bei anderen. Aber wie gesagt, ich finde es total schön. Hier seht ihr auch, ich bin da irgendwie leicht tattrig in den Händen. Aber auch das gehört jetzt einfach mit dazu. Und dementsprechend habe ich es für mich dann einfach so hingenommen, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und dann sollte das so sein. Und genau, während ich jetzt da einfach, ihr könnt einfach wunderschön zugucken, einfach nochmal so ein bisschen zu mir, beziehungsweise zu meinem Kanal. Ich halte mich hoffentlich kurz. Aber ich will es zumindest immer erwähnen. Erstens, ich freue mich über jeden Abonnenten, der zu mir kommt, der sich gerne meine Videos anschaut. Egal, warum er kommt, ob es jetzt mit der Musik ist oder halt dann die Bastelsachen. Da sind wir dann auch schon. Die Musik ist halt mein erstes Baby, sage ich jetzt mal. Ich habe damals mit Musikvideos angefangen, als ich den YouTube-Kanal gegründet habe. Und habe dann erst mit Basteln später angefangen, als es Corona gab. Und es war dann einfach eine Idee, wenn ich bastel, ob ich es einfach filme und dann so ein bisschen hochlade. Und ihr dann schauen könnt und ich selber natürlich auch schauen könnt. Also wie gesagt, jedes Video hat so ein bisschen auch Erinnerungswert für mich, weil ich einfach sehe, was habe ich gemacht? Wie habe ich es gemacht? Oder wo war ich bei einem Konzert? Wo war ich im Urlaub? Ich mache ja meistens immer so ein paar Mitschnitte für den Urlaub. Und die Videos sind meistens nicht extrem aufwendig, aber die sind für mich eine Erinnerung. Und dementsprechend so ist es halt eben dann letztendlich auch mit den Bastelvideos. Es sind Erinnerungen für mich, weil ich sehe, was habe ich alles schon gebastelt. Nicht jedes Teil bleibt ja zum Beispiel in meinem Haushalt, sondern es geht natürlich, es wird verschenkt und oder steht dann woanders. Und dadurch ist es, gehört es irgendwie mit dazu. Ja, und dann habe ich ja noch mein Projekt, was wo, was ich so mit den Resten mache. Und ich hoffe, dass ich immer noch mal ausprobieren, ob es schon reicht für das Ausprobieren meines Tests. Und muss ich also dementsprechend noch mal schauen. Und hoffe natürlich, dass das dann auch schön wird, so wie ich es mir vorstelle. Ich habe da aus den Resten entweder Muscheln, Herzen oder Muscheln, Herzen oder Sterne gemacht. Und ich finde die, ich habe die Form von einer Freundin geschenkt bekommen. Und ich finde die sehr, sehr schön. Die kommen matt raus. Was aber überhaupt nicht schlimm ist. Für mich ist es, ich mag sowohl die matten Silikonformen als auch die glänzenden. Ist immer ganz unterschiedlich. Gerade bei den Untersetzern finde ich natürlich die glänzenden viel, viel schöner. Aber ansonsten habe ich auch einige, die matt rauskommen, weil es einfach so hergestellt worden ist. Ich muss dazu sagen, ich habe den Blick jetzt noch nicht dafür, kommen sie jetzt glänzend oder nicht. Aber theoretisch ist sie die Silikonformen glänzend, dann kommt natürlich das Stück auch glänzend heraus. So ist jetzt erstmal meine Schlussfolgerung. Ich habe das Ganze noch nicht geprüft, weil oft im Internet, wenn man da die Silikonformen, man sieht nicht unbedingt, glänzen sie jetzt oder nicht. Und es wird leider nicht mit dazu geschrieben, ob es jetzt glänzend oder matt rauskommt. Hier seht ihr schon, so wie es aktuell aussieht, bleibt es aktuell auch nicht. Und das werdet dabei sehen, wenn ich es aus dem Formen raushole. Und also dementsprechend, ich hole sie auch erst raus und habe dann so ein bisschen überlegt, ob ich da noch eine andere Farbe drauf mache. Und hatte mich dann aber so ein Stück weit dagegen entschieden. Und weil ich die einfach so schön finde. Und da jetzt keine große Veredelung nötig ist. Und hier kommen wir zum rausnehmen. Und wie gesagt, ihr seht schon das Ergebnis. Ich finde diesmal die Seite viel, viel schöner als die andere. Aber ihr seht schon hier bei dem einen Untersetzer, bei den anderen kann man ja leider nicht drunter gucken. Aber ja, ihr werdet sehen. Ich finde sie schön, aber es ist halt nicht das geworden, was ich mir gerne vorgestellt habe. Und dementsprechend gehört das jetzt einfach mit dazu. das Ploppen von dem weiß, dass ich weiß nicht, es sah so schön aus, aber irgendwas ist immer. Und aber wie gesagt, ich mag es trotzdem. Hier hätte ich mir halt tatsache dann nur dir gerne die Rückseite gewünscht. Und musste einfach, glaube ich, noch mal lernen, noch feiner damit umzugehen mit den ganzen Sachen. Genau. Auch hier ist die andere Seite schöner, finde ich. Also so würde ich sie jetzt auch nehmen, so wie sie da jetzt ist. Und Aber das ist ganz unterschiedlich. Es gab auch Momente, wo ich wirklich hauptsächlich immer die andere Seite hatte. Normalerweise wird die auch immer schöner. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine Ausnahme ist. Sondern meistens ist es wirklich die andere Seite, die schöner wird. Und aber auch das ist okay. Wie gesagt, die Seite finde ich sehr, sehr schön. Ich mag sie. Das hat so einen schönen, entspannenden Anblick. Und auch hier, wie gesagt, die andere Seite ist schöner. Aber wie gesagt, das ist auch vollkommen okay. Es kann nicht immer alles gleich funktionieren. Ich glaube einfach, dass wieder zu viel weiß reingegangen ist. Obwohl ich irgendwo das Gefühl hatte, ich habe es gar nicht so schlecht gemacht. Aber ich muss einfach noch üben und dann funktioniert das, denke ich, auch demnächst. Und ich werde es weiter üben. Ich werde euch auch weiterhin mitnehmen. Und wie gesagt, ich finde die ja toll. Bei der ist übrigens bei der, bei dem Untersetzer sind so ein paar Luftbläschen drin, die ich jetzt irgendwie nicht gesehen habe, beziehungsweise nicht erfüllt habe. Und aber das sollte dann so sein. So, ich verabschiede mich schon mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich überlege aktuell immer wieder von Woche zu Woche, wie sieht es aus? Nehme ich ein Video für die Woche mit in den Plan oder nehme ich es nicht? Das entscheide ich spontan, Tatsache aktuell, weil ich einfach nicht genau weiß, werden die Videos geguckt oder gönne ich einfach, mache ich einen Zwei-Wochen-Rhythmus gerade draus, weil einfach die Ferien sind. Da guckt man, glaube ich, weniger. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Und ich freue mich, wenn ihr da seid, wenn ein Abo da gelassen wird oder ein Kommentar, ein Daumen nach oben und so. Ich danke euch dafür sehr und freue mich dann immer. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.